Wenn Rene Lenherr, alias Mr. Slow-Up, hier zwischen Migros und EW das rot-weiße Band richtet, dann ist es Zeit für einen Slow-Up. Diesmal, der 13. Slow-Up, Königswetter, nachdem es dreimal geregnet hat. Und dann stehen es alle hier, die gewählten Volksvertreterinnen und Vertreter, natürlich mit dem Velo, mit Sonnenbrillen, mit Helm. Für Niki ist es wahrscheinlich der erste offizielle Slow-Up hier am ersten Glied, eben als gewählter Gemeindepräsident. Die anderen, ja, sind alle in der einen Glied durchgestanden und dann gewartet, bis die Kirche nur endlich die Zähne geschlagen hat. Und dann ist es so weit gewesen, das Band verschnitten und dann ist es losgegangen. Gesamte Strecke, dann rauf Richtung Wartau, Lichter, Schaber und Gell, sein Wald wieder zurück, daher 44 Kilometer. Aber natürlich kann man auch ganz andere Strecken wählen. Die Velo-Wägel, die man es auskennt, die bleiben ja auch in diesem Tag nicht verschlossen. Und dann eben unterwegs mit Skateboard, unterwegs mit irgendwelchen Verhickeln, wirklich sehr, sehr interessant. Und natürlich ebenso interessant, die vielen, vielen Möglichkeiten, die man da rast machen kann. Da gibt es unglaublich viel, was sich da abspielt. Also das Velo-Fahren, sich fortbewegen, das ist für die, die dann gerne sitzen, also unter Umständen gar nicht so anstrengend, weil man kann immer und überall wieder mal ein Plätzchen finden, wo man sich gemütlich verdauen kann. 10 Wald zum Beispiel, verschiedene Angebote, ein Slow-Up-Gottesdienst hat es gegeben, das ist allerdings um 9 Uhr schon vorbei gewesen. Dann aber gibt es erfrischende Getränke, Famigrosse zwischen Salets und Frümsen, sogar ein Konzert. Oh, das ist ja Karin vom Schulrat von Grabs. Ja, alles, was Rang und Namak hat, ist da natürlich mitgeraten. Eben nochmal, 44 Kilometer zwischen 10 und 5 sind die Strecken frei gewesen. 44 Kilometer die gesamte Distanz, die man natürlich eben hätte unterbrechen können an ganz verschiedenen Orten. Ja, eben, Gams werden auch noch Festplätze, Leue, Schlagerstadel mit St. Galler Kantonalbank und DJ Tommi. Und ihr merkt, die hat jetzt umgekehrt, haben jetzt etwas gemacht, was man eigentlich ja nicht sollte machen. Das ist eindeutig auch gesagt worden, aber ihr denkt, zum Filmen, ich fahre sie zurück und anfange eben zwischen Migros und Ewe wieder zurück und tue dort mal schauen. Gams bin da gewesen, ein Glasverstand. Oh, da seht ihr, schon die ersten Reparaturen, kurz nach dem Start, auch das natürlich passiert. Dann eben die Kreuzungen, wo jemand eben nicht gerade die offiziellen Wege nimmt. Von allen Seiten sind sie übrigens hergeströmt. Der 13. Slow-Up hat es eben dem Königswetter natürlich in sich gehabt. Auch dreimal Regen ist jetzt natürlich einfach alles auf der Strasse gewesen. Auch Autos müssen natürlich ihren Weg finden und das braucht auch immer wieder Helferinnen, Helfer, die da eben die Kreuzungen arrangieren, damit kein Unfälle passieren kann. Die haben wirklich bemüht, ganz, ganz rechts zu fahren. Aber man hat mir manchmal schon gezeigt, oh, bist du in der falschen Richtung, ist es gefährlich und so weiter. Ja, gebe ich auch zu. Also, Gams bin ich gewesen, Glasverstand gibt es dort auch noch, Schiessbude, Hüpfburg und so weiter. Grabs dann natürlich, Festplatz, Kirchbünden, Fallbalken, Kinderschminken, Bullriding, eine Kletterwand, Livemusik, reichartige Speise, Softies, dann eben am Gottesdienst, aber auch schon um 9 Uhr vorbei gewesen, der Natur- und Kleintiertag vom Ornithologischen Freie, vom Unterdorf. Ja, und dann bin ich so langsam richtig Bucks gekommen. Slow-Up-Eröffnung war da gewesen. Im Programm war es schon um 9 Uhr, es war aber dann wirklich erst um 10 Uhr losgegangen, eben mit einer Sportungsgarage, E-Bike-Test, Rivelle, Fotostation, Hüpfburg, Kantonalbank, Svika, Bewegungsparcours, Pflegeheim, Werderberg ist dort gewesen, Rent-A-Bike, Biker-Macaroni, Slow-Up-Appetit-Gericht, Schweizerisches Rote, Kreuz, habe ich schon gesagt, auf jeden Fall ein Haufen, Haufen Aktivitäten. Ich bin hierher gesteuert zu einem Mobil, das mich speziell interessiert hat, zum Urschwendener von HCP und habe ihn so ein bisschen befragt. Urschwendener, wo sitzt du da drauf? Ist gut, also ich sitze hier auf unserem E-Tree-Bike, den wir entwickelt haben. Da gibt es verschiedene Ausführungen, das speziell ist zum Leute transportieren in Rollstühle, ausfahren und so weiter. Da haben wir verschiedene Anwendungen, eine Anwendung sehen wir da hinten, das ist zum Beispiel da mit dieser Box vorne dran, wo man für Sport oder auch Arbeiten und so weiter, Schaufeln, Pickel, Zeug transportieren kann. Und eine Kindersitz drauf, dort? Genau, die andere Anwendung wäre einfach eine Art wie eine Ritschke, so ähnlich. Da kann man einen Sitz, zwei Sitz, man kann eine Sitzbank drauf tun, man kann Kindersitz drauf tun, das sind einfach so Ideen, die man für Altersheim und so weiter brauchen könnte. Und dann kannst du das alles an das von Hickel hermachen? Genau, das wären jetzt einfach verschiedene Ausführungen, es gibt verschiedene Einbauten, jetzt das ist mit der Rampen momentan, eben wie gesagt für Rollstühle. Da können wir einfach die Rampen auswechseln, ich kann eins von denen hier tun, oder man kann so umbauen, das geht auch, dass man zwei, drei Varianten, das eben gibt. Natürlich sind wir auch für Neues, also Spezialausführungen ist alles kein Problem. Die Batterie hat es keine, gell? Mach mal hinten dran, wobei, das ist der Prototyp, den wir da jetzt gleich sehen, die Batterie, das ändert noch ein bisschen, es kommt nachher unter einen Gepäckträger, eine Reichweite haben wir von circa 100 Kilometern. Kann man da noch drauf sitzen, oder kann man noch treten? Könntest du jetzt fahren? Du bist tretenunterstützt. Probieren wir mal schnell, ein paar Schritte. Jetzt holen wir mal, schauen wir, was kannst du. Hörer, goles, nochmal. Zum Anfahren, zuerst mal noch einschalten, wer? Genau. Hoi, schau jetzt, jetzt aber, jetzt aber. Ja Urs, dann könnte man dich hier mieten, oder nicht? Ja, sicher. Kein Problem. Und mit der Wendung, Wendbarkeit, gut? Der Retorgang ist noch in Entwicklung, das kommt dann bei den schlussendlichen Ausführungen, wenn wir da einen Retorgang haben. Und mit dem Wenden, der Wendekreis ist relativ klein, gell? Der Wendekreis, ja, der ist natürlich bedingt vor der ganzen Bauart. Beim Wendekreis sind wir so in etwa einem Radius von 4-5 Meter, irgendwie so. Jetzt hast du so vorne einen Rollstuhl drauf, dann hinten dran hast du zwei andere Sachen, gell, wo du scheren kannst. Also sehr multifunktionell nutzbar. Ja, ja, es ist so aufgebaut, dass man wirklich verschiedene Dinge machen kann, dass man hinten dran kann, Taschen hertun, Säcke hertun und so weiter. Anhängerkupplung, dass man noch Kinder und Kinderanhänger hinten dran tun kann, ist alles vorgesehen so. Das ist jetzt im Prototyp, die Kosten schon eruiert? Das ist im Prototyp, also die Kosten würde am Schluss endlich so ca. bei 8'000 Franken liegen. Das ist ungefähr so, wie man so ein E-Bike kennt, das ist schon der Zusatz, dann noch drauf vorne gehen. Genau, genau. Ist die Lenkung irgendwie sehr gut unterstützt, oder? Nein, es ist nicht sehr gut unterstützt. Der Dämpfer, wo wir haben, ist ein Lenkungsdämpfer, es ist einfach, dass die Vibration und die Schläge aufnimmt. Also das Bike ist sehr, sehr einfach und dringend, zum Fahren für eine Treebike. Die Treebikes sind normalerweise ein bisschen heikel und das ist also wirklich sehr einfach zum Fahren, also könnte man auch Kinder fahren lassen. Null Probleme. Und noch sehr stabil, also nicht bis zu schlottern? Genau, sehr stabil, sehr stabil, also es funktioniert super. Kann man jetzt schon kaufen bestellen, oder wie steht das? Ja, also momentan würden wir das jetzt mal testen, wie gesagt, das ist der Prototyp, das nächste würde eine Vierer-Serie sein. Da ist der Kollege von uns, ist jetzt gerade beim Lieferanten, mit dem Preisverhandlungen zu machen. Ja, aber ich sage es mal so, ab so 1,5 bis 2 Monate wird es dann aktuell. Super, oder? Und dann kann man den Aufsatz individuell wählen oder sogar nachträglich auswechseln, oder? Ganz genau, also da kann man... Da reden wir mit den Leuten und die können sagen, wie es das will, das gleiche ist auch mit der Rampenhöhe. Die Rampe ist jetzt relativ tief, das ist eher für schwere Personen. Wenn ich natürlich leichtere Personen habe, kann ich die Rampe auch höher nehmen. Dann kann man, wenn es uneben ist, dann kommt man relativ gut der Dauer. Das ist jetzt einfach so gemacht, dass ich über den Anstein komme. Ja, was für Probleme gibt es noch? Ja, also das grösste Problem ist meistens die Zeit. Man hat fast keine Zeit, um so etwas zu entwickeln. Ja, aber jetzt warten wir mal ab, bis wir die Testphase hinter uns haben mit dem Prototyp. Aber wie gesagt, es wird etwa ein Monat sein, dass wir das abgeschlossen haben. Das ist eben auch Slow-Up. Erfahren, was es alles Neues gibt auf dem Markt. Erfahren auch, was man eben mit dem Rad so alles machen kann. Man kann ja ungeheuer viel mit dem Velo machen und müsste ja eigentlich die Strassen, die sonst ja extrem gefüllt sind, gar nicht so mit Autos füllen. Gut, dann Säwellen habe ich noch vergessen. Beat Sport natürlich etwas angeboten. Dann Ranz natürlich, Bärlauch, Spaghetti, Birkenmüse usw. Der Ranz ist immer sehr, sehr aktiv. So gerne, wenn es regnet. Die waren immer sehr aktiv. Säwellen, Feldtour und Ochsen. Säwellen Spezialitäten. Ein Shaker-Bike von der St. Gallen Kantonalbank. Also St. Gallen Kantonalbank scheint wirklich eine Velobank zu sein. Mal mindestens hier beim Slow-Up. Dann Wartau, Plattis, Kindertraktor fahren, Burgspiess vom Grill, Gratis, Wartau, Rüebli usw. Und dann eben dort auf der Dutzpeter-Kaiser-Platz, Rathaus-Platz, auch dort natürlich mal Bauernwürste, Segway-Probefahrten, sehr interessant. Das sind eben die Ficker, die ja sehr, sehr viel bietet an Technik, Spiel und Spass mit Volleyball und Badminton, was immer das auch mit Slow-Up zu tun hat. Slow-Up ist einfach auch ein gesellschaftlicher Anlass. Dann in Schan auch ein Festplatz, Festwirtschaft mit der fürstlichen Guckermusik Rövi-Schrenzer. Hoppla, Tag der offenen Tür in Waldorfschule. Gamprin-Bänder-Festplatz, Spiel und Spass am Badesee. Der Badesee ja auch sehr, sehr beliebt, auch von Schweizerinnen und Schweizer, sehr, sehr oft besucht und natürlich Vorarlberg. Also das ist wirklich etwas, wo man dann gemerkt, dass die Region dort zusammenkommt. Dann Ruggell hat auch einen Festplatz, dort wieder Sportungsgarage, die sind überhaupt überall aktiv. Aber Kinder schminken, Ballonkünstler, Spiel und Musik, kulinarische Köstlichkeiten. Also der Slow-Up, die 44 Kilometer, waren mit unglaublich vielen Events, mit unglaublich vielen Attraktivitäten. Und das Verweilen auf der Strasse, einmal ohne Motor in Gebrumm und Gerasselung, aber das lohnt sich wirklich schon. Ausgerechnet der 13. Slow-Up war ein Glücksfall bei Kaiserwetter. Und das eben, ich sehe jetzt nochmal, noch dreimal Regen, ist der Slow-Up jetzt wirklich im Werdenberg, Lichterstein, etwas gewesen, das alles überstrahlt hat und gezeigt hat, was eben die Gegend wäre, auch mal ohne Motorenlärm. Eben vielleicht ein bisschen slower, ein bisschen leiser, ein bisschen einfacher, einfach ein bisschen anders. Das war's. Das war's.